Zweiter Teil. Die Rücktour. Wir sind jetzt eine Stunde gefahren. Mein Akku ist 12,2 Volt. Sieht also alles noch gut aus. Einfach guck ich mal zu Hause, wo die Brücke ist. Dann weiß ich, wie viele Kilometer wir gefahren sind. Und bis jetzt macht alles Spaß. Der Motor läuft super. Wir fahren meistens Stufe 2, Stufe 1, Stufe 2, so wie es gerade kommt. Und das Kind quatscht natürlich wieder mal rein, wenn man Video machen will. Aber das gehört dazu bei so einem kleinen frechen Gauner. Ja, genau der. Was ich vorhin noch nicht gesagt habe, sieht man eigentlich. Ich habe hier eine kleine Pinnenverlängerung gebastelt. Ein Stückchen Abwasserrohr zurechtgeschnitten, aufgesägt und eine Schlauchstelle. Das Ding kam 3 Euro. Eine komplette kostet 20 Minimum. Da war das billiger. Aber funktioniert genauso gut. Und das Ganze macht Spaß. Auf den kleinen Stufen kann man schön schippeln. Und wenn man mal Vollgas gibt, dann wird die ganze Sache auch mal richtig schnell. Also für so ein Boot. Aber man kann kaum den Kurs halten, wenn man schnell fährt, weil das Ding hat eben keinen Kiel. Flacher Boden, da rutscht das übers Wasser. Aber wer will schon immer rasen, ein bisschen schippern, tut's auch. So, das war's dann. Ende. Es war Zeit.